Ich darf heute mal wieder vor unserem Pop-Up-Store in der oberen Marktstraße stehen. Da haben wir euch in der Vergangenheit ja schon die unterschiedlichsten Unternehmen immer zeitweise präsentiert. Und jetzt kommt, bereits nächste Woche, ein Thema, das ist nicht minder wichtig. Da geht es ums Wohnen im Alter. Und ab Montag ist dort eine Ausstellung, organisiert von der Sozialraumkoordinatorin des Landkreises Neumarkt. Und weil ich so wenig Ahnung habe vom Wohnen im Alter, hole ich mir natürlich jetzt die zuständige Dame mit dazu. Frau Kleibert, grüß Sie. Frau Kleibert, ab nächster Woche, ab Montag, haben wir hier eine Ausstellung, eine Wanderausstellung. Um was geht es da genau, was erfährt man denn da? Die Ausstellung, die ab kommenden Montag für eine ganze Woche, einschließlich Samstag, zu sehen sein wird, dreht sich, wie Sie schon gesagt haben, ums Thema Wohnen im Alter. Da erwarten die Leute ganz viele Tipps, Informationen, hilfreiche Ideen, wie man den Wohnraum altersgerecht gestalten kann. Und da fängt es natürlich an bei barrierefreien Umbaumöglichkeiten, wie man Barrieren reduziert. Aber es geht auch sehr viel um Hilfsmittel. Was für Dinge kennt man vielleicht gar nicht, die einen großen Unterschied machen können. Neben dieser Ausstellung habe ich auch das große Glück, dass ich vom Sanitätshaus Sippel ganz wunderbar unterstützt werde und auch sehr viele Hilfsmittel im Laden haben werde, die man direkt ausprobieren, ansehen, anfassen und kennenlernen kann. Deswegen eine gute Möglichkeit. Und für alle, die es gern etwas lustig haben wollen, es gibt sehr viele witzige Karikaturen vom Peter Geimann zu sehen als Ausstellung. Und so bringt man das Thema auch ein bisschen mit Humor ins Spiel. Ich durfte im Vorgespräch auch schon lernen, das Wohnen im Alter. Da gibt es einen ganz besonderen Ansatz, den gibt es bereits, nämlich die Wohnraumberatung. Was hat es denn damit genau auf sich? Kommt da wer zu mir ins Haus? Genau, die Wohnraumberatung kennen manche Neumarkter schon. Die gab es nämlich schon ganz lange, aber rein ehrenamtlich. Und jetzt gerade bauen wir die wieder ganz neu auf. Hauptamtlich bin ich mit dabei und auch die Frau Kimmich von der Regina GmbH. Und wir suchen jetzt gerade wieder motivierte Ehrenamtliche, die dabei helfen wollen, Menschen in ihrem eigenen Zuhause leben lassen zu können. Und die nächste Ausbildung startet dazu im Herbst. Alle Interessierten können sich da auch bei mir im Laden gerne informieren. Es wird auch noch zwei Informationsabende zu dem Thema geben. Und die Wohnberater gehen tatsächlich zu den Menschen nach Hause, schauen sich dort das Wohnumfeld an und helfen dabei, einen Weg zu finden, an ganz Individuellen, wie man da am besten zu Hause alt werden kann. Ganz wichtiges Thema. Und wenn man solche Themen ja von jemandem betreuen muss, haben wir ja schon gelernt, es gibt eine Sozialraumkoordinatorin. Frau Gleiber, was ist denn jetzt Ihr Arbeitsumfeld? Sie machen jetzt die Ausstellung hier, organisieren die Wohnraumberatung. Wie schaut denn so Ihr Tätigkeitsfeld aus? Also meine Arbeit ist in der Tat sehr vielfältig. Ich bin ja für den ganzen Landkreis Neumarkt zuständig und hier mit wirklich sehr vielen Akteuren und Akteurinnen im Kontakt. Ich vernetze auch die ganzen Seniorenbeauftragten und Nachbarschaftshilfen im Landkreis, habe zu allen Fachstellen Kontakt und finde somit im besten Fall immer den richtigen Ansprechpartner bei egal welchem Anliegen. Also auch Bürger dürfen mich jederzeit kontaktieren. Ich bin Ansprechpartner zu allen Seniorenbelangen und sozialen Themen. Da darf man mich immer ins Boot holen. Und sonst mache ich sehr viel Projektarbeit, versuche Vortragsreihen zu organisieren, selbst umzusetzen, organisiere Ausstellungen wie die hier und versuche vor allem die Bürger zu informieren. So, am Montag geht es los. Wann kann ich denn immer vorbeischauen? Gibt es da Öffnungszeiten? Hätst du die ganze Woche da? Ich werde die ganze Woche da sein. Montag starten wir am Nachmittag um 15 Uhr und die nächsten Tage wird immer Vormittag und an zwei Tagen auch nachmittags der Pop-Up-Store bespielt. Die Hauptöffnungszeit ist 9 bis 13 Uhr und am Samstag dann 10 bis 14 Uhr. Also, alle, die in der Stadt sind oder alle, die das Thema interessiert, schaut vorbei. Nächste Woche habt ihr Gelegenheit dazu. 16. bis 21. September hier in der oberen Marktstraße 13. Und da geht es erst zum Shoppen und dann zum Informieren oder andersrum. Auf jeden Fall schaut vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao Got it. Do An B S inhabitants